So, die Damen, Zocker und Bananenschäler, da sind wir wieder in New World. Ich habe gerade mein letztes Schaf erlegt, oben rechts seht das, und ein Quest fehlt noch für meine Fraktion, für Syndikat. Dann habe ich mal wieder die drei PvE-Quests, die man annehmen kann, vollgemacht. Was zum Henker ist das? Eine Zwiebel, alles klar. So, wo müssen wir hin? 400 Meter, wo soll das sein? Warte mal, ich gucke nach da. Das heißt, ohne Witz, wo ist der Quest? Da hinten! Oh Gott, das ist ja schon wieder am Pöterende der Welt. Gut, dann nehmen wir halt den Weg. Von hier runter, hallo Schaf. Weißt du, wenn du eins brauchst, findest du keins. Aber wenn du keines mehr brauchst, dann renn die dir über den Weg noch in Löcher. Wer hat mir dieses schöne Lager aufgestellt? Wir müssen es nicht. So. Und dann sollte ich mich irgendwann mal darum fümmern, die Hauptquests weiterzumachen. Aber ich habe die immer noch nicht gefunden auf der Karte, deswegen schiebe ich das immer noch so ein bisschen vor mich her. Äh, 300 Meter. Kann man den Baum hier fällen? Der ist zu groß. Komm, hier mal den Baum nehmen wir mal. Ne, das ist ein Busch. Den Baum wollte ich eigentlich haben. Ich will den Baum haben. So. Der junge Baum. Ich müsste gleich aufsteigen, so wie ich das sehe. Stufe 10. Juhu. Was habe ich jetzt? Ein Duelle. Erster Taschenslot. Okay. Guck ich mir gleich an. Ähm. Habe ich irgendwas eingesammelt, was man hier verwerten könnte? Nein. Wir geben natürlich weiter hier Punkte in die Intelligenz, so. Damit hier unser Eishandschuh ordentlich Damage macht. Hier seht ihr es von 105 auf 107. Zwei Punkte zugewiesen. So. Nächste Freischaltung. Stufe 15. Aha. Ähm. Wir gucken mal ganz kurz hier durch. Da haut sich nicht Zittern. Da haut sich auch nicht Zittern. Und da auch nicht. Was sind das alles für Dinger hier? Kürzlich abgeschlossen. Aha. So. Es geht weiter. Was meinte der mit Taschenslot? Mir komplett unklar, was der mit Taschenslot meinte. Egal. Wir. Ich gucke mal hier alles reparieren. Skins durchsuchen. Keine Ahnung. Ähm. Lauf ich richtig? Ja. Weitgehend kann man sagen. Ach. Eier. Eier. So. Es sind allerdings noch ein paar 700 Meter genau genommen. So. Erstmal zu Tode stürzen. Ähm. Hier war eine Höhle. Aho. Aho. Baum fällt. Danke. Nee. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Nein. 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 Schlicht und ergreifend. So. 600 Meter noch. Hier haben wir da. Warte mal. Was war das gerade? Busch. Okay. Ja. Wie sie ja alle stehen und in der Wildnis auf irgendwas einkloppen. Das ist unglaublich. Machen sie natürlich hier um, äh, an Holz ranzukommen, ne? Oder an Punkte allgemein. Aber was mich halt immer noch irritiert ist, wie komme ich an der alte Mann am Fluss und Einsatz für die Sache? Da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wie ich das machen soll. Aber ich denke mal, ihr sagt mir das demnächst. So. Ähm. Kann ich hier runter? Ja. Wee. Clouds. So. Hier sind wir ja schon ein paar Mal rüber. Was muss man da machen? Suche in den Truhen nach irgendwas. In der Fischerei. Alles klar. Ich nehme mal noch ein paar Bäume hier mit. Eigentlich müsste ich mir mal angucken, was die besseren Äxte und so benötigen, was man dafür braucht. Weil, wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, der Baum hier erfordert Holzfähigkeit 50. Was habe ich? Jedenfalls nicht 50, kann man sagen. Ich kann nur die jungen Bäume fällen. Ich sehe gerade im Chat, dieser lila Chat ist, glaube ich, mein Fraktionschat. Geht da um irgendwelche Errungenschaften, die sie noch... Ich habe gerade mal 10 Holzfällereien. Also, wow. Kann ja noch dauern. Ähm. Wir reden gerade von irgendwelchen Errungenschaften, die sie freischalten wollen. Okay. Jetzt ist die Frage, wie werfe ich hier eine Angelschnur aus und wie hole ich die Angel raus? Boah. Keine Ahnung. Also, ich weiß auch so viel noch nicht in dem Spiel. Das ist unglaublich. Aber bis jetzt macht es wirklich Spaß. Ich war ja wirklich so ein bisschen skeptisch am Anfang. Aber im Moment fühlt es sich wirklich an wie so ein... Seien wir mal ehrlich, wie so ein Piraten-WOW oder so. Fühlt es sich im Moment für mich an. Was nicht schlecht ist. Das ist halt die Frage, ob es, was einige befürchten, ob es halt im Endgame überzeugen kann. Was zum Beispiel WoW im Endgame überzeugt hat, waren natürlich diese tonnenweise Raids und Dungeons, die man machen konnte. Um sich immer weiter zu verbessern und um immer mehr Errungenschaften zu... Äh... 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 Um immer mehr Errungenschaften freizustellen. Und das ist die Frage, ob das... Ob New World da anschließen kann. Also, ob New World auch so irrsinnig lange motivieren kann. Also, ob es genug Abwechslung gibt. Bis jetzt habe ich ja noch keinen einzigen Dungeon gesehen. Ich weiß gar nicht, wann die anfangen oder ob die anfangen oder von ob es Raids gibt. Keine Ahnung. Das sind alles so Sachen... Das weiß ich alles nicht. Und das ist halt das große Ding, weil ein MMO muss natürlich motivieren. Eine von sieben Kisten, alles klar. Und wenn es das nicht tut, dann ist man nach der Story fertig. Dann... Aus, die Maus, Schluss mit lustig. Bis jetzt fühlt es sich, wie gesagt, gut an. Ob es das bis zum Ende durchziehen kann. Also, ob es... Das werden wir dann sehen. Im Moment ist die Story ja eigentlich nicht vorhanden. Ich bin hier auf der Insel angekommen und... Oh, neuer Feuerstab. Und mache ein bisschen Halligalli. Stärkekonstitution. Ja, ist aber trotzdem besser, das Ding. Können wir annehmen. Ja, ja. Nimm das mal. Wie sehe ich jetzt aus? Jetzt bin ich weg, oder wie? So, was ist mit dem Feuerstab? 181, der ist definitiv besser. So, jetzt zeige ich mal den Feuerstab. Jetzt zeige ich mal. Naja. Ja, doch. Ich glaube, er ist ganz gut. So. Müssen wir eh den Feuerstab noch ein bisschen trainieren, weil... Also, wie gesagt, der Anfang ist cool von dem Spielchen hier. Der Anfang gefällt mir. Der Anfang ist Knorke. Das Kampfsystem ist erfrischend. Es ist komplex genug, um einen etwas länger zu beschäftigen. Und vielleicht einfach genug, um einem MMO gerecht zu werden. Und wie gesagt, mein Ding ist im Moment... Wie sieht es im Endgame aus? Schaffen sie es da. Einen bis zum Ende zu motivieren. Aber das fragen wir uns, denke ich mal, alle, die dieses Spiel hier gerade ausprobieren. Und wissen tut man es nicht. Vielleicht wisst ihr es. Keine Ahnung. Ähm... Muska! Juhu! Flammi! Ja, da guckt ihr, ne? Aha! Okay, der Flammenwerfer hat mehr als ein Ziel. Ist das schon witzig. Geh weg da! Da ist es mein Loot! So. Ähm... Ich bin gerade aufgestiegen, ne? Hm. Flammerich. Was könnte ich jetzt hier noch reinstecken? Erhöht den Basisschaden. Na, komm. Zack. Pimpen wir mal den Flammenwerfer nach oben. So. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben vier von sieben. Mal den Flammenwerfer mal ausprobieren. Muska! Muska! Ja! Ja, das ist, glaube ich, schon okay. Für... Für... Einen Flächenangriff. Da haben wir jetzt fünf von sieben. Und der hat ja auch kaum Abklingzeit, muss man ja auch noch dazu sagen, ne? Man kann ihn permanent benutzen, quasi. Ähm, ein Kritikpunkt, den einige, den einige hatten, was wir rechnen hier gerade, ist, dass, äh, man relativ wenig Skills zur Verfügung hat. Man hat ja da unten rechts QRF, seht ihr das, äh, man hat ja nur drei Skills zur Verfügung. Man muss jetzt allerdings dazu sagen, dass man eigentlich sechs Skills zur Verfügung hat, weil man kann ja die Waffen wechseln. Äh, ich könnte jetzt auf den Eis, äh, Dings schalten, dann habe ich auf einmal drei neue Skills, ne? Also man kann drei Skills pro Waffe, also insgesamt sechs Skills verwenden. Und damit ist es eigentlich auch schon ganz okay, denke ich mal. Ja, es gibt in, in anderen, in anderen, äh, MMOs mehr Skills. Aber man darf ja auch nicht vergessen, man kann diese Skills noch ein bisschen... Muska! Muska! Man kann die noch ein bisschen pimpen, indem man, indem man Skillpunkte versetzt oder sie sockelt oder irgendeinem Mist. Also es ist okay, würde ich mal sagen. Machen wir ehrlich, bei Diablo hat man auch nicht mehr... Also... Da ist noch so ein Ding. Das klingt immer... Als würde er Huska sagen. So, was habe ich hier? Oh, eine... Keine Ahnung, das sieht aus wie eine... Alter. Ist das eine... Eine besondere... Das hat doch ein besonderes Sichel. Wo ist die hin? Nee, das war nur... Ein Perk. Okay. Na gut. Ähm, dann halt... Das hier. So, das hätten wir das... Jetzt haben wir alle abgeschlossen hier. Das heißt, wir können uns jetzt wieder nach... Jetzt kommt der mir blöd, oder? Nee. Äh, jetzt können wir uns wieder... Oh, voilà. Was ist denn das jetzt? Immerfalldörfchen. Schnellreise. Rückruf vom Gasthof. Nee, eigentlich wollte ich ja ganz woanders hin. Ich wollte ja mal hier hin. Ah, noch 15 Minuten. Okay. Hey, hey. Wursti. Huuu. Okay, bei einem einzigen Gegner ist der Flamme aber halt ein bisschen... Unsinnig. Ich sterbe vielleicht, wenn ich nicht weiterhabe. Hau. Ich sterbe hier wirklich gleich. Okay, wir gehen mal. Hör auf. Mach ihn weg. Genau. So. Komm, wir vertunisieren uns hier. Leider müssen wir das zu Fuß machen, weil... Kurz was essen hier. Ein Süppchen. Naja. War jetzt nicht so effizient. So, ich hatte ja nichts eingesammelt, oder? Ich hatte nichts irgendwie... Nee, das Ding können wir zerlegen. Das ist ein alter Zauberstab. Den können wir auch zerlegen. Was ist das? Ach, das ist ein Mana-Trank. Damit kann ich das Mana wieder auffüllen. Kann man das irgendwo reinfüllen? Da. Das wäre natürlich cool, wenn man es da rein... Aber das gibt es erst ab Stufe 15. Alles klar. Könnte ich natürlich für die Suppe austauschen. Aber... Ich bin ja schon ganz glücklich, dass ich einen super duper Zauberstab gefunden habe. Äh, World ist... Die Welt ist massiv. Da sind sprichwörtlich Kilometer zwischen verschiedenen Städten. Ja, das kann sein, in der Tat. Ich meine, ich habe mich ja bis jetzt immer nur in diesem Gebiet hier aufgehalten. Das hier, das habe ich bis jetzt alles abgelaufen. Naja, hier, sagen wir mal so. Das Gebiet. Das ganze anderen Krempel habe ich noch nicht aufgesucht. Also, man kann schon sagen, ich denke mal, vielleicht so ein Einkontinent von WoW ist das hier. Keine Ahnung. Das Sprint-Ding ist so fucking slow. Ja, das ist halt richtig. Sprinten ist langsam. Vor allem, wenn man keinen Rückruf hat, wie ich jetzt gerade, weil der Cooldown hat, dann brauchen wir natürlich lange. Also, wenn wir jetzt mal so ein Fazit ziehen würden, mit was ich zufrieden bin. Kampfsystem bin ich eigentlich recht zufrieden, trotz nur 3x2 Skills. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es halt halbwegs skillbasiert ist und der passiven Modifizierungsmöglichkeiten. Crafting bin ich eigentlich ziemlich angetan, weil, ja, das ist halt das übliche Crafting. Man nimmt, man erntet Rohmaterialien, stellt erweiterte Sachen her, stellt aus den erweiterten Sachen noch bessere Sachen her und so weiter und so fort. Ihr habt das ja ein bisschen gesehen in der letzten, oder war es diese Folge? Nee, in der letzten Folge. Und, äh, klappt eigentlich ganz gut. Story, weiß ich noch nicht. Muss ich mich noch zurückhalten, weil... Ich hab halt noch nicht so viel gemacht, bis jetzt haben wir gerade mal... Dungeons und Raids, kann ich auch noch nichts zu sagen. Hab noch keine Dungeons gemacht und auch noch keine Raids. Bis jetzt also nur die, so die Grundlage. Warte mal, was steht denn da? Grundstufe, moderat, 10 Durchschnitt. Ich kann mal da mal... Nee, okay, jetzt ist es weg. Guten Tag. So, jetzt gehen wir die drei Quests ab und dann gucken wir mal, ob wir uns dafür nicht was Tolles kaufen können. Das sind alle meine Kollegen. Alle lila sind meine Kollegen, also die Syndikats-Kollegen. So, zeige ich mal. Jetzt können wir abgeben hier, da kriegen wir jedes Mal irgendwelches Gedöns für. Zäng, und zäng, und zäng. Und schon bin ich bei Königsfels auf Stufe 6. Keine Ahnung, ob das gut ist. Könnte jetzt hier weitermachen. Ich gucke noch mal in den Laden rein, wir haben jetzt 675 Marken. Dafür können wir eigentlich auch noch nicht so viel... Naja, immerhin, wir könnten uns hier sowas holen. Beim Aufheben gebunden. Benötigt Stufe 15, super. Für Stufe 15 habe ich hinten und vorne noch nicht. Haben wir hier nicht eine schicke Waffe für mich? Was ist das? Ein Hütlein. Ich bräuchte natürlich eigentlich was mit Geschick drauf. Äh, Quatsch, mit Intelligenz drauf. Definitiv kein... Kein Heilstab. Haben wir nicht einen schicken Zauberstab, ihr Nasenbären? Was ist das? Konzentration, elementar, physisch, Körperschutz. Auch Stufe 15. Ich will... Ich will einen Zauberstab. Hier, Frottee-Handtücher. Das ist keiner, bevor einer jetzt kommt. Hier, was ist das? Stufe 15. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Skriptor. Kann das sein, dass ich jetzt erstmal Skriptor werden muss, damit es überhaupt weitergeht? Brauche ich 3000 ansehen? Ich habe gerade mal 540. Alles klar. Weil da oben steht es ja, Skriptor. Ich glaube, das heißt so viel wie Werde, bitte Skriptor. Und eins, der alte Mann am Fluss, kann ich halt noch nicht machen. So, ähm... Ich weiß nicht, ob ich es machen kann. Das ist halt so mein Ding. Guck mal ganz kurz hier rein. Haben wir irgendwas freigeschaltet? Nein. Biografie... Titel... Ey, ich will meinen Titel ändern. Kann ich nicht. Attribute... Da sind wir auf 37. Ja, da werden wir wohl oder übel noch ein paar Quests machen müssen, ne? Und vor allem ein bisschen Bergbau betreiben. Bin schon wieder bei der Aufrichting. Also Stufe 15 ist nicht mehr so weit. Das kann man in der Tat hier... Küche 2, kann man noch was... Oh ja. Ähm... Energiesparender Reise haben. So. Gibt ja auch Erfahrung. Hier, 72 Kochkunst, bitte sehr. So, Kochkunst 3. Hat irgendwas gebracht. Ähm... Glaub ich. Folgendes freigeschaltet. Oh, ganz viele Sachen freigeschaltet hier. Ähm... Fischköder. Ich glaube, ich will dringend ne Angel haben. Wollen wir uns mal ne Angel bauen? Kochte Erdbeeren. Keine Ahnung. Kochkunst 8. Jawolligen. Ich bin ein Koch von dem Herrn. Wom kann ich jetzt hier schon... Da kann ich jetzt... Energie spenden, ne kleine Ration. Komm. Alles, was Erfahrung gibt, brauchen wir mal raus hier. 18 Kochkunst. Ist okay. Kann man noch was basteln? Hier. Zack. Und Stufe 9 Kochkunst. So. Was wir jetzt natürlich machen, ist hier trotzdem nochmal kommentieren. Ich grüße dich, Sucher der Wahrheit. Gib mir mal trotzdem die Quests hier noch. Ja, die PvP-Quests geben natürlich mehr, ne? Seht ihr? Hahaha. So. Ich hab einfach nochmal alle angenommen. Jetzt kommen wir natürlich schon wieder zu dem Punkt... Es ist natürlich ne Menge Gefahr und Gekreinde. Gute Nacht. Was ist das eigentlich? Ach, da kommen wir... Ja, das brauchen wir nicht. Wollt ihr das alles sehen? Oder sagt ihr euch... Wo zum Teufel ist Honig? Oder sagt ihr euch... Nee, nur bitte das Wichtigste. Ich bin ja auch wieder der Meinung, das gehört eigentlich dazu, ne? Was ist das? Gebiet muss von der Fraktion kontrolliert werden. Was ihr augenscheinlich nicht tut. Ähm, was kann ich denn bei ihm hier machen? Ich habe mich schon gefragt, wann du wieder vorbeischaust. Ich höre, du leistest zusammen mit deinen neuen Verbündeten gute Arbeit. Weiter so. Ah. Ist das gut? Den Quests habe ich ja komplett ignoriert. Was gibt es dafür? Was? Königsfels ist ein besonderer Ort, wo sich jeder sicher und willkommen fühlen kann. Ja, ja, sehr zivilisiert. Ja. Und genau aus diesem Grund müssen wir die Siedlung um jeden Preis beschützen. Es gab da ein kleines Missverständnis mit der Siedlung im Windkreis. Aber wir müssen uns zuerst um uns selbst kümmern. Es gibt da eine Brosche. Eine Art Erbstück. Wir wollten sie... Da hat er schon wieder aufgehört zu reden. Wir müssen der Geste der Siedlung schenken. Als der Bote von den Hutzeligen überfallen. Okay. Jetzt kommt... Könntest du das machen? Ich mache das. Ich hole die Brosche zurück. Wir tun hier an die nördliche Straße genommen. Überprüfe die Hutzeligen beim Demi-Klo-Bergwerk. Da war ich doch... Mann. Da waren wir ja schon. Ähm. Okay. Wir haben jetzt was zu tun. Oh Gott. Habe ich rausgesucht? Ähm. Und jetzt haben wir auch die ganzen Quests angezeigt. Super. Aber jetzt gehe ich erstmal hier hin. Man hat so viel zu tun und so wenig Zeit. Also, sagen wir mal so. Es gehen einem die Aufgaben nicht aus in dem Spiel. So, zum Quest-System. Die Quests sind zwar standardmäßig, aber man hat mannig-waltig zu tun. Vor allem genug zu tun. Für meinen Teil immer schon etwas zu viel. Weil man sagt sich... Oh, was weiß ich als nächstes? What's on, Henker? Ich suche hier den Durchgang. Zu den Crafting-Tables. Ich will mal gucken, ob ich mir eine... Eine Angel bauen kann. Ich will angeln. Wo baut man denn eine Angel? Muskete. Pfeil. Patrone. Werkzeuge. Angel. Was kostet mich der Spaß? Fasern. Wo krieg ich Fasern her? Hanf. Oh. Das sind bessere Werkzeuge, oder? Das ist aus Eisen. Aha. Okay. Das heißt, ich könnte mir eine Häute besser bauen. Was benutze ich denn möglichst häufig? Holzfäller-Axt. Ich nehme mal die neue Holzfäller-Axt und gucke mal, ob die besser geht. Zip. Eine untypische Holzfäller-Axt. Cool. Ne, nicht zerlegen. Aktives Werkzeug. Jetzt klingelt es auch noch unerhört. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Drei. 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 Drei.